Es freut uns so viel, Sie alle hier zu sehen. Vielen, vielen Dank. So, sicherlich müssen wir etwas anderes spielen, aber vielleicht nicht mit mir. So, eine Geschichte. Unser Bundestagspräsident hat letztes Jahr gesagt, in einem Interview, ich glaube, im Deutsch Interview, es wäre wunderbar, einmal die Berliner Philharmoniker zu dirigieren. Das war etwas gefährlich zu sagen. Und so, für meine Nachfolge, Herr Dr. Lammert, Brahms ungarischer Tanz. Meine Damen und Herren, das ist natürlich eine ziemliche Zumutung. Aber viel mehr als für Sie, fürs Orchester. Und deswegen drücken Sie uns mal allen die Daumen, dass da was Vernünftiges raus wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.